So, hier haben wir jetzt Lucy und Lucy hat ein Bild von einem Künstler. Wenn jetzt die Künstler das sehen, die haben auch die Möglichkeit zu Ihnen zu kommen und Ihre Bilder auf verschiedene Kleidungsstücke drucken zu lassen? Ja, natürlich, klar. Aber der springende Punkt bei Belly Arts, Kunst am Bauch, das ist die Übersetzung ins Deutsche, ist eigentlich, dass wir das sogenannte Ux, unverdient, unbekannte Künstler, in Verkehr bringen. In Verkehr bringen heißt, wir bringen sie in Bewegung auf Kleidungsstücken, auf Gebrauchsgegenstände wie Sporttaschen, Mützen, Sweatshirts, auch natürlich hochwertige Kleidung, die im Büro getragen wird. Das Wesentliche ist, dass Künstler damit ihre Reichweite vergrößern. Und gleichzeitig aber ihre Copyright nicht aus der Hand geben, ihre Urheberrechte nicht aus der Hand geben, denn die Belly Arts-Editionen, wie wir das nennen, sind von limitierter Auflage. Es gibt für jedes Werk eine sogenannte Künstlerpostkarte. Das ist zum Beispiel der Grottenolm von Jörg Stein oder eben der ewige Krieg von Barbara Lützelschwab. Und da stehen hinten drauf, sind die Adressen der Künstler und natürlich auch, was der Künstler zu diesem Produkt zu sagen hat. Diese Karten werden signiert und sind dann der Echtheitsnachweis für das Produkt, was vervielfältigt als Belly Arts in den Handel oder in den Umlauf kommt. Der Künstler hat jetzt Interesse daran, sich bei Ihnen zu melden. Wie ist die Adresse bzw. Telefonnummer? Die Adresse ist Belly Arts in Wiesengrund in Balzfeld in Kreichgau. Und die Telefonnummer ist 06222 770315. Aber Bestellungen werden nur per Fax hingegengenommen. Die Faxnummer ist 06222 770095.